Unter uns, ich habe das Gefühl, der Auftritt, den wir jetzt sehen, ist ein Generalprobe für etwas viel, viel Grösseres. Frankomar Wulli tanzt jetzt mit seiner Freundin Eva, ein Wiener Walzer. Und den kann man ja noch für ganz andere Gelegenheiten brauchen. Eva ist meine Freundin. Sie ist ein ganz cooler Mensch an sich. Sie ist nicht nur Freundin, ich glaube, sie ist ein Best Friend und ein Mensch, der mein Leben bereichert. Unsere erste Date war in der Star Wars Premiere. Sie gingen sogar auf der Kleidung. Als erster Persönlicher gab es eine Raclette-Essen. Sie spürt mich, sie versteht mich. Sie ist mein Gegenpol, würde ich sagen. Das Tanzen zu trainieren, mit einem Profi und so intensiv, habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich so ein tolles Projekt machen kann. Und ich freue mich natürlich noch mehr, dass ich ein Teil des Projekts bin. Ihr Lieben, ihr habt euch entschieden für einen Wiener Walzer, und zwar tanzt ihr zu «You Don't Own Me» von «The Grace». Also, ein Wiener Walzer ist ein rundliefernder Tanz, mit einem progressiven Tanz. Es ist ein Schwung-Danz, er dreht auch sehr viel und er schwebt. Hä? Hä? Und dann einfach so… Also, wenn du irgendwie so zwei Putzlömpen unter die Füsse würdest, dann wäre der Raum sauber. So stelle ich mir den Walzer vor. Wäre das auch so ein Hochzeits-Danz wie ein Walzer? Ja, wer? Definitiv, ja. Gut, dann mache ich ihn nicht nur für Joe, nein? Sehr klar! Ja, wenn schon, dann schon, oder? Irgendwann, vielleicht gibt's ja mal eine Hochzeit, und dann haben wir das schon drin. Weisst du, das ist ein 2-1. Zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Dann hast du es nicht nur für einen Tag geübt. Zwei. Eins. Fissement-Zusied… Schliess. Rücksied! Das ist cool, oder? Das ist überwesendig. Ja, aber Figuren müssen ja gross und breit, so dass sie wirken. Und das ist überwesendig, ja. Und fort! Sied, schliess, rücksied, schleiss. Ich finde, dieser Vienowalz passt zu der Eva und dem Franco. Ich finde, er ist ein schöner harmonischer Tanz, Sie haben eine tolle Beziehung. Ich finde, das ist etwas, das sie miteinander ein Ziel haben, das sie verfolgen können. Ich freue mich für die beiden. Eins, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Es wurde mir am Anfang ein bisschen schwindelig, beim Wald zu drehen. Ja, bei der Hebefigur auch. Das ist auch gewöhnliche Sache. Ich hoffe, dass man auf der Bühne nicht mehr schwindelig ist. Es ist wirklich so, üben, üben, üben. Das müssen die beiden definitiv. Aber ich denke, das werden sie auch. Sie gehen jetzt in die Ferien. Und wir haben schon miteinander vereinbart, dass wir hier mit Videoanalyse schauen, dass sie mir das schicken. Ich würde sicher ein bisschen neidisch sein, wenn sie dann am Strand tanzen können und ich im Schnee sitzen. Am Strand, auf einer Terrasse, einfach ein bisschen kümmern kann. mit unseren zwei Schritten, die wir jetzt können. Ja, das ist toll. Ich glaube, in der Ferie hast du Zeit für so Sachen. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la la, 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 la. Genre von C for My es Es I never stay I don't know I don't own me Franco und Eva mit einem wunderschönen Vienna-Walzer zu You Don't Own Me Wunderschön Eva, ich glaube, du wirst von so vielen Frauen benitten jetzt nicht nur konkret um Franco aber überhaupt um einen Mann, der freiwillig tanzt, der fremd ausgebildet wird und dann hat man ihn zu Hause und er kann tanzen Hat das bei dir auch einen Liebesschub ausgelöst? Ja und wie Tanzen mit einem Freund ist so wahnsinnig Ich meine, selber ist es super, aber wenn er weiterkommen würde, würde er auch Tango tanzen Oh Das fände ich dir schon alles Also den Hochzeitstanz, den habt ihr jetzt schon mal im Sack also jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der Heiratsantrag, oder? Schon, wenn ich ganz ehrlich bin das Fernseher hat mir angerufen und gesagt falls du es vor hast, musst du uns informieren wenn wir das planen Irgendwann dann sicher, weil es ist meine Traumfrau aber nicht heute Okay, okay Ja, bei einem Walzer Da müssen wir natürlich als erstes Marianne übergehen zur Jury Ja, also eure Beziehung war sichtbar Ihr seid ein Liebespaar vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt Wie du sie am Schluss stolz in ihre Posen hast Da kannst du mir nicht erzählen deinen Antrag ginge noch lange Aber logischerweise ist es etwas Neues für euch und das gesehen Also das ist nicht eine Profi-Vorstellung aber technisch ist es ich will immer etwas ganz wenig technisch sagen hat gestimmt der erste Schritt auf den Fersen für beide hat gestimmt Bravo Applaus Curtis Also das wäre in Bezug auf die Beziehung das kann ich eher versprühen hier die Liebe durch den ganzen Saal das kann ich wirklich fast schmerzen ich spüre das Wenn ich etwas etwas Kritik anwenden müsste ist wirklich das Schweben war noch nicht so ganz geschweb für mich und ich habe gemerkt im Gesicht von dir solange ihr euch nicht haben müssen schweben sobald ihr angefangen habt schweben ist es da abgegangen mach ich es richtig mach ich es richtig Deinen Blick hier also und du musst dich vielleicht etwas lockerer werden und gar nicht zu viel überlegen was ist der nächste Schritt das geht es geht man hat ja natürlich eine Haltung bei dem aber ich hatte im Gesicht drin und das muss ein bisschen los werden ein bisschen so ja man muss halt auch viel zählen gell Rolf eins zwei drei ja also bei den Proben die wir vorne sahen habe ich noch das Gefühl hatte du hast ihn gefressen zum Glück jetzt heute in der Garderobe stehen lassen das ist schon viel lockerer und es ist sehr wahrscheinlich nicht einfach mit der Freundin etwas zusammen zu trainieren zu üben das ist ähnlich wie der Golfer der mit seiner Frau den Golfschwung übt oder du sagst der Frau wie sie einparkieren muss also wenn ihr das übersteht dann könnt ihr auch heiraten danke vielmals der Jury merci für die wunderschöne Verbommens Franco, Marvulli und Eva